Transfer-Wahnsinn Der FC Bayern München ist dafür bekannt, solide zu wirtschaften, ganz im Gegensatz zu Vereinen wie dem FC Barcelona, wofür FCB-Präsident Uli Hoeneß jegliches Verständnis fehlt. Der Präsident des FC Bayern München kritisiert die horrenden Ausgaben des katalanischen Top-Clubs scharf und bemängelt falsche Prioritäten. Uli Hoeneß hat sich auf dem Sport-Business-Kongress, Spubis, in Döldorf vehement über die Klubpolitik des FC Barcelona beklagt. Der Präsident des FC Bayern sagte, Tatsache ist, dass der FC Barcelona nicht in der Lage ist, ihr Stadion umzubauen, weil sie kein Geld dafür haben. Trotzdem kaufen sie für 400 Millionen Spieler. Das kann noch nicht sein. Dafür habe ich kein Verständnis. Hintergrund, Alana in dieser Saison gab der FC Barcelona einer Schätzung von Transfermarkt.de zufolge 324,5 Millionen Euro für neue Spieler aus. Die teuersten Neuzugänge waren Osmani Dembele, für 105 Millionen von Borussia Dortmund, und Philippe Coutinho, für 120 Millionen vom FC Liverpool. Die Summen sind noch zurückhaltend geschätzt und können sich durch Bonuszahlungen in den kommenden Jahren wohl noch erheblich erhöhen. Trotz des Rekordverkaufs von Neuma an Paris, 222 Millionen, erzielten die Katalanen insgesamt ein Defizit von 91 Millionen Euro, ähnlich wie in der Vorsaison. Hoeneß boltert, seit vielen Jahren wird davon gesprochen, dass sie das Camp Nou, Barcelonas Stadion, D. Red, modern machen. Und jedes Jahr wird es wieder verschoben, weil sie von keiner Bank dafür Geld kriegen. Also puh. Das ist auch Nehpolitik. Das ist auch Nehpolitik.